Eltern, die ihre Tochter zwangsverheiraten oder Männer, die in Zwangsehen einstimmen sollen, keine österreichische Staatsbürgerschaft erhalten. Das schlägt der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel im Vorfeld einer Tagung am 10. März im Grazer Rathaus vor. Da wird ein Druck ausgeübt, der ist mehr als unmenschlich, ganz, ganz schwierig, solche Situationen sowohl für familiär als auch für die Betroffenen in ihrer eigenen Psyche wieder in richtige Bahnen zu lenken, wer so eine seelische Grausamkeit durchführt. Und österreichische Staatsbürger werden will, dem muss man ganz klar von Seiten der Politik sagen, dass man so Nicht-Österreicher wird. Darüber hinaus spricht sich der Integrationsreferent der Stadt Graz für ein österreichweites Hilfsnetzwerk für zwangsverheiratete Frauen aus. Für ein kommunales Netzwerk, das jenes der Caritas ergänzen soll. Direktor Franz Küberl lobt hier ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Graz und Bürgermeister Nagel. Eine Kooperation, die sich Küberl auch in der Bettlerfrage wünscht. Das wäre natürlich ein Traum, wenn wir da auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten würden. Aber insgesamt muss man sagen, die Stadt und die Caritas arbeiten sehr gut zusammen. Wir wollen, dass diese Stadt ein soziales Herz hat und wir engagieren uns. Und in vielen, vielen Punkten sind die Stadt und die Caritas gemeinsam unterwegs, um mitzuhelfen, dass möglichst alle Menschen dieser Stadt vernünftig leben können. Zurück zur Zwangsehe. Sie betrifft Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis. Derzeit betreut das Grazer Projekt DIVAN 23 Frauen und zwei Männer, die von Zwangsehen bedroht sind oder von der Verwandtschaft misshandelt und bedroht werden, weil sie sich scheiden lassen wollen. Es stellt sich aktuell in Graz so dar, dass es durchaus Betroffene gibt, die in der Gefahr sind, zwangsverheiratet zu werden, weil zum Beispiel die Eltern das möchten, es organisieren oder auch aufgrund von aufenthaltssichernden Maßnahmen favorisieren. Und dass es auch Betroffene gibt, die sich an uns wenden, die bereits seit ein, zwei, mehreren Jahren in einer Ehe sind, die gegen den Willen geschlossen wurde und die aus dieser Ehe wieder aussteigen möchten, die die Scheidung einreichen möchten und ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben führen möchten. Die Zukunft dieser Schutzarbeit steht allerdings, wie derzeit jene vieler anderen Sozialprojekte in den Sternen. Am dringendsten ist natürlich die Sicherung, dass wir auch im nächsten Jahr weiterarbeiten können. Wir sind heuer vom Innenministerium und von der Stadt Graz dankenswerterweise finanziert, aber für nächstes Jahr ist die Finanzierung noch offen. Und was sich jetzt in der kurzen Beratungszeit schon gezeigt hat, wir brauchen dringend sozusagen Krisenwohnungen. Die Wohnversorgungsmöglichkeiten, die es in der steirischen Soziallandschaft gibt, reichen für diese spezielle Zielgruppe leider nicht aus. Übrigens, wer von einer Zwangsverheiratung weiß, tut gut daran, das bei offiziellen Stellen zu melden. Es handelt sich nämlich nach österreichischem Recht um eine Straftat. Und wer eine solche deckt, macht sich selbst strafbar.